Mein Plan ist so genial wie einfach, weil jeder von uns profitiert. Du lernst den Zauber endlich kennen, der dich so interessiert. Es geht für jeden auf der Schule, das was uns zusteht muss geschehen. Ich verfolge nur ein Ziel, mein Vermächtnis muss fortbestehen. Das Gezauber, das Gezauber, das ihn endlich wieder zieht. Wir werden siegen, wenn wir ihn kriegen. Es liefert mir so ab, es geschieht. Das Gezauber, das Gehen endlich frei. Das Gezauber, das ihn endlich stacks. Das Gezauber, das ihn endlich größt. Wenn meine Teams bereit sind. Vielleicht, wenn uns das ein Team erst die Vatorsbuch und dann kein Problem sein. Das Gezauber, das Gezauber, das ihn endlich ernst Der letzte Weltkampf der Freuelsspiele beginnt!